Jede Frau sagt nämlich, was ist Ihnen wichtig bei einem Mann? Humor. Und Männer sagen auch, was lieben Sie an einer Frau? Humor. Mein stiller Verdacht, die meinen was ganz anderes. Die Frau will einen, der witzig ist, dem Mann reicht es, wenn sie ihn witzig findet. Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Vielen Dank.